Start Nummer 90, Jürgen Stickelbock, Bodygym, Kempen. Start Nummer 91, Willi Hartmann, Studio Gottwald, Kelsterbach. Start Nummer 92, Heinz Truber, Studio für Körpertraining, Dieburg. Start Nummer 93, Roger Lenz, Fitnesscenter, Glock, Gießen. Und die Start Nummer 94, Martin Mainzer, Fitnesscenter, Mainz. Für Kampfrichter Dirk Thiel, die Start Nummer 87, 93, 94. Doppelt Bizeps. Latissimus. Seitliche Brustpose. Doppelbizeps Rückenseite. Lattissimus. Seitliche Trizepspose. Bauch und Beine. Dankeschön, bitte zurücktreten. Start Nummer 85, 86, 87. Und Start Nummer 86, bitte Bühnenmitte. Bekampfrichter 4 und 5, Robert Pinapfel und Jürgen Gippisch. Doppelbizeps. Latissimus. 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 Seitliche Brustpose. Doppelbizeps Rückenseite. Latissimus. 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 Bauch und Beine. Dankeschön. 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 Und zuletzt natürlich den Mann, der hier heute Hauptkampfrichter ist und nicht nur hier, sondern vieler Orten, unser Erich Janner hier aus München. Ein herzlichen Applaus für unsere Kampfrichter und Kampfrichterinnen, die das ganze Jahr für unseren Sport unterwegs sind. Applaus So, und wir beginnen mit der Union Klasse 1 für das Fitnessstudio Schönhoff. Erwarten wir die Startnummer 1 zur Kürbitte auf die Bühne. Ralf Müller. Applaus Ralf Müller. Grazie a vot. Musik Dankeschön, Ralf. Der nächste Teilnehmer trägt die Startnummer 4. Er kommt für das Sportstudio Galaxy in Duisburg. Jürgen Spickeneder. Musik 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 Dankeschön, Jürgen Spickeneder. Ich bitte die Startnummer 5 auf die Bühne für das Sportstudio Drexelius in Witten. Dirk Kornefel. Musik 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 Dankeschön, Kai Hepprich. Dankeschön, Kai Hepprich. Musik Andreas Frank, vielen Dank. Und wir kommen zur Pflichtbewertung. Die Pflichtbewertung beginnt mit den sieben vorgeschriebenen Pflichtposen. Und die erste Pflichtpose ist die Doppelbizepspose. Latissimus. Seitliche Brustpose. Rückenwertung Doppelbizeps. Latissimus. Seitliche Trizepspose. Bauch und Beine. Pose down, eine Minute freies Posing. Liebe Zuschauer, hier fehlt Ihr Applaus. Die Pflichtbewertung. Die Pflichtbewertung. Die Pflichtbewertung. Die Pflichtbewertung. Wir bedanken uns bei der Union Klasse 1. Die ersten Entscheidungen sind gefallen, liebe Zuschauer. Wir kommen zur Union Klasse 2, Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm. Zur Kürbitte auf die Bühne, die Startnummer 12. Für das Bodyfit Mirsch in Recklinghausen, Frank Ullmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke schön, Frank Ullmann. Wir kommen zur Startnummer 13 für Girodgas Fit in Lindenberg, Johannes Epple. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Johannes Epple, vielen Dank. Für das City Gym Berlin startet die Nummer 14, Klaus Bartke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klaus Bartke. Klaus Bartke, danke schön. Die Nummer 17 bitte auf die Bühne. Markus Staatsmann für das Sportstudio Sülzen in Neuwied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön, Markus Staatsmann. Für das Fitnesscenter Kronach startet die Nummer 18, Markus Apeleus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nummer 23, der letzte Junior dieser Klasse 2, Frank Schmidt für das California in Kiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön, Frank Schmidt. So, und die Junioren sind wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Und wir kommen zur Pflichtbewertung. Doppelbizeps. Glatissimus. Glatissimus. Seitliche Brustpose. Rückenwertung. Doppelbizeps. Dankeschön. Lattissimus. Lattissimus. Zeitliche Tricepspose. Doppelbiz ET heartbreaking. Hatos von Baine. Ankechen. Vielen Dank.